Mein Name ist Nana Lifestyle Domena und bald gibt es ja die Sendung Lamberts TV mit folgenden Inhalt. Herr Prof. Hermann Bübecker, was wird die Sendung uns denn sagen? Ja, wir sprechen noch einmal kurz über die Veranstaltung, die wir hatten zur Präsentation des Kalenders. Da stand Nachhaltigkeit feinart, aber Nachhaltigkeit im Vordergrund und den Nachhaltigkeitspreis haben wir vor uns. Und der Lamberts Nikolaus ist unterwegs und ja, wir freuen uns auch schon auf das kommende Jahr. Bereits im Januar starten wir mit der Süßwarenmesse mit der Lamberts Monday Night, darüber werden wir reden und auch ein bisschen, was wir uns so für die Tage vornehmen und was wir vielleicht jeder für sich sich für 2019 so ausdenken kann. Man darf gespannt sein, Lamberts TV in den nächsten Tagen gibt es die Sendung dann in den World Wide Web. Yes! Ja! Ja! Ja!